Schau mir in die Augen ganz, ganz tief hinein. Oh, es ist hell. McDonalds 2,99€ und jetzt so wie in Frankfurt. Asche-Best 3,49€. Was hast du dazu? Nix. Hahaha. 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 Ja. Das ist eigentlich bestimmt so ein Teil, wo dich rausfetzt beim Schnitten fahren, oder? Genau. Hahaha. 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 Genau. Das ist ein Skeleton. Das ist ein Skeleton. Hahaha. Schau. In die Augen, kleines. Guckst du hier? Ganz, ganz tief hinein. In die Irres guckst du nun. Und? Was gibt's zu tun? Was gibt's zu tun? Was gibt's zu tun? Was gibt's zu tun? Das ist gerne schon. Man macht doch keine langen... Hahaha. Egal. Ey guck mal das Ding an da. Ja. Ich will nun mal. Ich? 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 Ihr habt doch vier hier, oder? Ja, ist gut also. Ja. 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 Ja.